Zweites Kapitel. Es war im Frühling des Jahres 68, als Frau Permanede eines Abends gegen 10 Uhr sich in der ersten Etage des Fischergrubenhauses einstellte. Senator Buddenbrook saß allein im Wohnzimmer, das mit olivenfarbenen Ripsmöbeln ausgestattet war, an dem runden Mitteltisch im Lichte der großen Gaslampe, die vom Plafond herabhing. Er hatte die Berliner Börsenzeitung vor sich ausgebreitet und las, leicht über den Tisch gebeugt, seine Zigarette zwischen Zeige und Mittelfinger der Linken und auf der Nase ein goldenes Pancenet, in dessen er sich seit einiger Zeit bei der Arbeit bedienen musste. Er hörte die Schritte seiner Schwester durch das Esszimmer kommen, nahm das Glas von den Augen und blickte gespannt in das Dunkel hinein, bis Toni zwischen den Portieren und dem Lichtbereich auftauchte. Oh, du bist es, guten Abend, schon zurück von Pöppenrade. Wie geht es deinen Freunden? Guten Abend, Tom, danke. Armgard ist wohl auf. Du bist hier ganz einsam? Ja, du kommst mir sehr erwünscht. Ich habe heute Abend so allein essen müssen, wie der Papst. Denn Fräulein Jungmann kommt als Gesellschaft nicht recht in Betracht, weil sie jeden Augenblick aufspringt und hinausläuft, um nach Hanno zu sehen. Gerda ist im Casino. Tamayo geigt dort. Christian hat sie abgeholt. Ein Tausend, um wie Mutter zu reden. Ja, ich habe in letzter Zeit bemerkt, Tom, dass Gerda und Christian sich gut vertragen. Ich auch. Seit er dauernd hier ist, fängt sie an, Geschmack an ihm zu gewinnen. Sie hört auch ganz aufmerksam zu, wenn er seine Leiden beschreibt. Mein Gott, er amüsiert sie. Sie. Neulich sagte sie zu mir, er ist kein Bürger, Thomas. Er ist noch weniger ein Bürger als du. Bürger? Bürger, Tom? Ha, mir scheint, dass es auf Gottes weiter Welt keinen besseren Bürger als du. Nun ja, nicht gerade so zu verstehen. Leg ein bisschen ab, mein Kind. Dein Aussehen ist super. Herb. Die Landluft hat dir gut getan? Vortrefflich, sagte sie, indem sie ihre Mantille und den Kapotthut mit lila-seidenen Bändern beiseite legte und sich in majestätische Haltung auf einem der Foteus am Tische niederließ. Magen und Nachtruhe, alles hat sich gebessert in dieser kurzen Zeit. Diese kuhwarme Milch und diese Würste und Schinken, man gedeiht wie das Vieh und das Korn. Und dieser frische Honig, Tom? Ich habe ihn immer für eines der besten Nahrungsmittel gehalten. Das ist reines Naturprodukt. Da weiß man doch, was man verschluckt. Ja, es war wahrhaftig liebenswürdig von Armgard, dass sie sich unserer alten Pensionsfreund schreift erinnerte und mich einlud. Und Herr von Maibum war gleichfalls von einer Zuvorkommenheit. Sie baten mich so inständig, doch noch ein paar Wochen zu bleiben. Aber du weißt, Erika behilft sich nur schwer ohne mich und besonders jetzt, da die kleine Elisabeth auf der Welt ist. Apropos, wie geht es dem Kinde? Danke, Tom, es macht sich. Es ist Gottlob recht gut bei Schick für seine vier Monate, obgleich Friederike, Henriette und Pfiffi es nicht für lebensfähig hielten. Und Weinschenk, wie fühlt er sich als Vater? Ich sehe ihn ja eigentlich nur donnerstags. Oh, das ist unverändert, siehst du. Er ist ein so braver und fleißiger Mann und in gewisser Weise ja auch das Muster eines Ehegatten, denn er verachtet die Wirtshäuser, kommt vom Büro geraden Weges nach Hause und verbringt seine Freistunden bei uns. Aber nun ist die Sache die Tom, unter uns können wir ja offen darüber reden, er verlangt von Erika, dass sie beständig heiter ist, beständig spricht und scherzt. Und wenn er dann abgearbeitet und verstimmt nach Hause kommt, sagt er, dann will er, dass seine Frau ihn in leichter und fröhlicher Weise unterhält, ihn amüsiert und aufheitert. Dazu sagt er, sei die Frau auf der Welt. »Dummkopf«, murmelte der Senator. »Wie? Nun, das Schlimme ist, dass Erika ein wenig zur Melancholie neigt, Tom. Sie muss es von mir haben. Sie ist hier und da ernst und schweigsam und gedankenvoll. Und dann schüllt er sie und braust auf in Worten, die ehrlich gesagt nicht immer ganz sacht fühlend sind. Man merkt es eben allzu häufig, dass er eigentlich kein Mann von Familie ist. Und das, was man eine vornehme Erziehung nennt, leider nicht genossen hat. Ja, ich gestehe dir offen, noch ein paar Tage vor meiner Abreise nach Pöppenrade ist es vorgekommen, dass er den Deckel der Suppenterrine am Boden zerschlagen hat, weil die Suppe versalzen war. Allerliebst. Nein, im Gegenteil. Aber wir wollen ihn deshalb nicht verurteilen. Mein Gott, wir sind alle mit Mängeln behaftet und ein so tüchtiger, gedegener und arbeitsamer Mann behüten. Nein, Tom, eine raue Außenseite und ein guter Kern, das ist noch nicht das Schlimmste im irdischen Leben. Ich komme soeben aus Verhältnissen, will ich dir sagen, die trauriger sind. Und Armgard hat, wenn sie mit mir allein war, bitterlich geweint. Was du da sagst, Herr von Maibohm? Ja, Tom, und darauf wollte ich hinaus. Wir sitzen hier und plaudern. Aber in Wirklichkeit bin ich heute Abend in einer sehr ernsten und wichtigen Angelegenheit gekommen. Nun, was ist denn mit Herrn von Maibohm? Ralf von Maibohm ist ein liebenswürdiger Mann, Thomas, aber er ist ein Junker Leichtfuß, ein Daus. Er spielt in Rostock, er spielt in Warnemünde und seine Schulden sind wie Sand am Meer. Man sollte es nicht glauben, wenn man ein paar Wochen auf Pöppenrade lebt. Das Herrenhaus ist vornehm und alles ringsherum gedeiht und an Milch und Wurst und Schinken ist kein Mangel. Man hat auf so einem Gute manchmal keinen Maßstab für die tatsächlichen Verhältnisse. Kurz, sie sind in Wahrheit aufs jämmerlichste zerrüttet, Tom, was Armgard mir unter herzbrechendem Schluchzen gestanden hat. Traurig, traurig. Das sage du nur noch einmal. Aber die Sache ist nun diese, dass, wie sich mir herausgestellt hat, die Leute mich nicht aus ganz uneigennützigem Antriebe zu sich eingeladen haben. Wieso? Das will ich dir sagen, Tom. Herr von Maibohm braucht Geld. Er braucht sofort eine größere Summe. Und da er die alte Freundschaft kannte, die zwischen seiner Frau und mir besteht, und wusste, dass ich deine Schwester bin, so hat er in seiner Bedrängnis sich hinter seine Frau gesteckt, die ihrerseits sich hinter mich gesteckt hat. Verstehst du? Der Senator bewegte die Fingerspitzen seiner Rechten auf seinem Scheitel hin und her und verzog ein wenig das Gesicht. Ich glaube, ja, sagte er. Deine ernste und wichtige Angelegenheit scheint mir auf einen Vorschuss auf die Pöppenrader Ernte hinaus zu laufen, wenn ich nicht irre. Aber da habt ihr euch, du und deine Freunde, nicht an den richtigen Mann gewandt, wie mich düngt. Erstens nämlich, habe ich noch niemals ein Geschäft mit Herrn von Maibohm gemacht und dies wäre dann doch wohl eine ziemlich sonderbare Anknüpfung von Beziehungen. Zweitens haben wir, Urgroßvater, Großvater, Vater und ich, wohl hier und da den Landleuten Vorschüsse gezahlt, wenn anders sie durch ihre Persönlichkeit und sonstigen Verhältnisse eine gewisse Sicherheit boten. Wie du selbst mir aber vor zwei Minuten Herr von Maibohms Persönlichkeit und Verhältnisse charakterisiert hast, kann doch von solcher Sicherheit hier kaum die Rede sein. Du bist im Irrtum, Tom. Ich habe dich ausreden lassen, aber du bist im Irrtum. Es kann sich hier nicht um irgendeinen Vorschuss handeln. Maibohm braucht 35.000 Kurantmark. Donnerwetter! 35.000 Kurantmark, die binnen knapper zweier Wochen fällig sind. Das Messer steht ihm an der Kehle und, um deutlich zu sein, er muss zusehen, schon jetzt sofort zu verkaufen. Auf dem Hallen! Oh, oh, der arme Kerl! Und der Senator, der mit dem Pancenet auf der Tischdecke spielte, schüttelte den Kopf. Aber das scheint mir für unsere Verhältnisse ein ziemlich ungewöhnlicher Fall zu sein, sagte er. Ich habe von solchen Geschäften hauptsächlich aus Hessen gehört, wo ein nicht kleiner Teil der Landleute in den Händen von Juden ist. Wer weiß, in das Netz welches Halbsabschneiders der arme Herr von Maibohm gerät. Juden? Halbsabschneider? rief Frau Permaneda überaus verwundert. Aber es ist von dir die Rede, Tom, von dir! Plötzlich warf Thomas Buddenbrook das Pancenet vor sich hin, auf den Tisch, sodass es ein Stück auf der Zeitung entlang glitt und wandte mit einem Ruck den ganzen Oberkörper seiner Schwester zu. Von mir? fragte er mit den Lippen, ohne einen Ton von sich zu geben. Und dann setzte er laut hinzu. Geh schlafen, Toni, du bist ja übermüde. Ja, Tom, so sagte Ida Jungmann abends zu uns, wenn wir gerade anfingen, vergnügt zu werden. Aber ich versichere dich, dass ich niemals wacher und munterer gewesen bin als jetzt, wo ich bei Nacht und Nebel zu dir komme, um dir Armgarts also indirekt Ralf von Maibohms Vorschlag zu machen. Nun, ich halte diesen Vorschlag deiner Naivität und der Ratlosigkeit der Maibohms zugute. Ratlosigkeit? Naivität? Ich verstehe dich nicht, Thomas. Ich bin leider weit entfernt davon. Dir wird Gelegenheit geboten, eine gute Tat zu tun und gleichzeitig das beste Geschäft deines Lebens zu machen. Ach, was, meine Liebe, du redest lauter Unsinn, rief der Senator und warf sich sehr ungeduldig zurück. Verzeih, aber du kannst einen mit deiner Unschuld in Harnisch jagen. Du begreifst also nicht, dass du mir zu etwas höchst Unwürdigem, zu unreinlichen Manipulationen rätst? Ich soll im Trüben fischen, einen Menschen brutal ausbeuten, die Bedrängnis dieses Gutsbesitzers benutzen, um den Wehrlosen übers Ohr zu hauen, ihn zwingen, mir die Ernte eines Jahres gegen den halben Preis abzutreten, damit ich einen Wucherprofit einstreichen kann? Ach, so siehst du die Sache an, sagte Frau Permanede eingeschüchtert und nachdenklich. Und wieder lebhaft fuhr sie fort. Aber es ist nicht nötig, durchaus nicht nötig, Tom, es von dieser Seite zu nehmen, in Zwingen, aber er kommt ja zu dir. Er benötigt das Geld und er möchte die Sache auf dem Wege der Freundschaft erledigen, unter der Hand in aller Stille. Darum hat er die Verbindung mit uns aufgespürt und darum bin ich eingeladen worden. Kurz ertäuscht sich über mich und den Charakter meiner Firma. Ich habe meine Überlieferungen. Ein solches Geschäft ist von uns in hundert Jahren nicht gemacht worden und ich bin nicht gesonnen, mit derartigen Manövern den Anfang zu machen. Gewiss, du hast deine Überlieferungen, Tom, und jederlei Achtung davor. Sicherlich, Vater hätte sich nicht darauf eingelassen. Bewahre, wer behauptet das? Aber so dumm ich bin, das weiß ich, dass du ein ganz anderer Mensch bist als Vater und dass, als du die Geschäfte übernahmst, du einen ganz anderen Wind wehen ließest als er und dass du unterdessen manches getan hast, was er nicht getan haben würde. Dafür bist du jung und ein unternehmender Kopf. Aber ich fürchte immer, du hast dich in letzter Zeit durch ein oder das andere Missgeschick einschüchtern lassen. Und wenn du jetzt nicht mehr mit so gutem Erfolg gearbeitest wie früher, so liegt das daran, dass du dir aus lauter Vorsicht und ängstlicher Gewissenhaftigkeit die Gelegenheit zu guten Kuhs entschlüpfen lässt. Ach, ich bitte dich, liebes Kind, du reizest mich, sagte der Senator mit scharfer Stimme und wandte sich hin und her. Sprechen wir doch von etwas ganz anderem. Ja, du bist gereizt, Thomas, ich sehe es wohl, du warst es von Anfang an und gerade darum habe ich weitergeredet, um dir zu beweisen, dass du dich zu Unrecht beleidigt fühlst. Wenn ich mich aber frage, warum du gereizt bist, so kann ich mir nur sagen, dass du im Grunde doch nicht so ganz abgeneigt bist, dich mit der Sache zu beschäftigen. Denn ein so dummes Weib ich bin, das weiß ich aus mir selbst und von anderen Leuten, dass man im Leben über einen Vorschlag nur dann erregt und böse wird, wenn man sich in seinem Widerstande nicht ganz sicher fühlt und innerlich sehr versucht ist, darauf einzugehen. Sehr fein, sagte der Senator, zerbiss das Mundstück seiner Zigarette und schwieg. Fein? Ha, nein, das ist die einfachste Erfahrung, die das Leben mich gelehrt hat. Aber lass es gut sein, Tom, ich will nicht in dich dringen. Kann ich dich zu einer solchen Sache überreden? Nein, dazu fehlen mir die Kenntnisse. Ich bin bloß ein dummes Ding. Schade. Nun, gleich viel. Es hat mich sehr interessiert. Ich war einerseits erschrocken und betrübt für Maibums, andererseits aber froh für dich. Ich habe mir gedacht, Tom geht seit einiger Zeit ein bisschen freudelos umher. Früher klagte er und jetzt klagt er schon nicht einmal mehr. Er hat hier und da Geld verloren, die Zeiten sind schlecht und das gerade jetzt, da meine Lage sich eben wieder durch Gottes Güte verbessert hat und ich mich glücklich fühle. Und dann habe ich mir gedacht, dies ist etwas für ihn, ein Coup, ein guter Fangen. Damit kann er manche Scharte auswetzen und den Leuten zeigen, dass bis heute die Firma Johann Buddenbrook noch nicht gänzlich vom Glücke verlassen ist. Und wenn du darauf eingegangen wärst, so wäre ich sehr stolz gewesen, die Sache vermittelt zu haben, denn du weißt, dass es immer mein Traum und meine Sehnsucht gewesen ist, unserem Namen dienstlich zu sein. Genug. Nun ist also die Frage wohl erledigt. Was mich aber ärgert, das ist der Gedanke, dass Maibum ja dennoch und in jedem Falle auf dem Halm verkaufen muss, Tom. Und wenn er hier in der Stadt sich umsieht, so wird er schon Käufer finden. Er wird schon einen finden. Und das wird Hermann Hagenström sein. Ha! Der Filou! Oh ja, man darf zweifeln, ob er die Sache von der Hand weisen würde, sagte der Senator mit Bitterkeit. Und Frau Permaneder antwortete dreimal hintereinander. Siehst du wohl? Siehst du wohl? Siehst du wohl? Plötzlich begann Thomas Buddenbrook den Kopf zu schütteln und ärgerlich zu lachen. Es ist albern. Wir sprechen hier mit einem großen Aufwand von Ernst, wenigstens deinerseits, über etwas ganz Unbestimmtes, vollständig in der Luft Stehendes. Meines Wissens habe ich dich noch nicht einmal gefragt, um was es sich eigentlich handelt, was Herr von Pöppenrade eigentlich zu verkaufen hat. Ich kenne ja Pöppenrade gar nicht. Oh, du hättest natürlich hinfahren müssen, sagte sie eifrig. Es ist ein Katzensprung bis Rostock und von dort aus ist es gar nichts mehr. Was er zu verkaufen hat? Pöppenrade ist ein großes Gut. Ich weiß positiv, dass es mehr als tausend Sack Weizen bringt. Aber mir ist nichts genaueres bekannt, wie es mit Roggen, Hafer und Gerste bestellt ist. Sind es 500 Sack von jedem, mehr oder weniger? Ich weiß es nicht. Es steht alles herrlich, das kann ich sagen. Aber ich kann dir nicht mit Zahlen dienen, Tom. Ich bin eine Gans. Du müsstest natürlich hinfahren. Eine Pause entstand. Nun, es ist nicht der Mühe wert, zwei Worte darüber zu verlieren, sagte der Senator kurz und fest, ergriff sein Panssenet, schob es in die Westentasche, knöpfte seinen Rock zu, erhob sich und fing an, mit raschen, starken und freien Bewegungen, die jedes Zeichen von Nachdenklichkeit geflissentlich ausschlossen, im Zimmer hin und her zu gehen. Und dann blieb er am Tische stehen und während er sich ein wenig darüber hin seiner Schwester entgegen beugte und mit der Spitze des gekrümmten Zeigefingers leicht auf die Platte schlug, sagte er, Ich werde dir mal eine Geschichte erzählen, meine liebe Toni, die dir zeigen soll, wie ich mich zu dieser Sache verhalte. Ich kenne dein Faible für den Adel im Allgemeinen und die mecklenburgische Noblesse im Besonderen und darum bitte ich dich um Geduld, wenn in meiner Geschichte einer dieser Herren einen Denkzettel erhält. Du weißt, unter ihnen ist dieser und jener, der den Kaufleuten, obgleich sie ihm doch so nötig sind, wie er ihnen, nicht allzu viel Hochachtung entgegenbringt, die, bis zu einem gewissen Grade anzuerkennende, Überlegenheit des Produzenten über den Zwischenhändler im geschäftlichen Verkehre allzu sehr betont und, kurz, den Kaufmann mit nicht sehr anderen Augen ansieht als den hausierenden Juden, indem man, mit dem Bewusstsein übervorteilt zu werden, getragene Kleider überlässt. Ich schmeichle mir im Allgemeinen den Eindruck, eines moralisch minderwertigen Ausbeuters auf die Herren nicht gemacht zu haben und ich habe unter ihnen weit zähre Händler angetroffen, als ich bin. Bei einem aber bedurfte es erst des folgenden kleinen Gewaltstreichs, um mich ihm gesellschaftlich ein wenig näher zu bringen. Es war der Herr von Groß Poggendorf, von dem du gewiss gehört hast und mit dem ich vor Jahr und Tag vielfach zu tun hatte. Graf Strelitz, ein höchst feudaler Mann mit einem viereckigen Glas im Auge, ich begriff niemals, dass er sich nicht schnitt, lackierten Stulbstiefeln und einer Reitpeitsche mit goldenem Griff. Er hatte die Gewohnheit, mit halb geöffnetem Munde und halb geschlossenen Augen von einer unbegreiflichen Höhe auf mich herab zu blicken. Mein erster Besuch bei ihm war bedeutsam. Nach einer einleitenden Korrespondenz fuhr ich zu ihm und trat, vom Bedienten gemeldet, ins Arbeitszimmer. Graf Strelitz saß am Schreibtisch. Erwidert meine Verbeugung, indem er sich halbwegs vom Sessel erhebt, schreibt die letzte Zeile eines Briefes, wendet sich dann zu mir, indem er über mich hinweg sieht und beginnt, die Unterhaltungen über seine Ware. Ich lehne am Sofatische, kreuze Arme und Beine und bin amüsiert. Ich stehe fünf Minuten lang im Gespräche. Nach weiteren fünf Minuten setze ich mich auf den Tisch und lasse ein Bein in der Luft schaukeln. Unsere Verhandlungen nehmen ihren Fortgang und nach Verlauf einer Viertelstunde sagt er mit einer wirklich gnädigen Handbewegung leicht hin, wollen Sie nicht übrigens einen Stuhl nehmen? Wie, sage ich, oh, nicht nötig, ich sitze längst. Sagtest du, sagtest du, rief Frau Permaneda entzückt. Sofort hatte sie alles vorhergehende beinahe vergessen und lebte vollständig in dieser Anekdote. Du saßest längst. Es ist ausgezeichnet. Nun ja, und ich versichere dich, dass der Graf von diesem Augenblick an sein Benehmen durchaus änderte, dass er mir die Hand reichte, wenn ich kam, mich zum Sitzen nötigte und dass wir in der Folge geradezu befreundet geworden sind. Warum aber erzähle ich dir das? Um dich zu fragen, würde ich wohl das Herz, das Recht, die innere Sicherheit haben, auch Herr von Maibohm in dieser Weise zu belehren, wenn er mit mir über den Pauschalpreis für seine Ernte verhandelnd vergessen sollte, mir einen Stuhl anzubieten? Frau Permaneda schwieg. Gut, sagte sie dann und stand auf. Du sollst recht haben, Tom, und wie ich schon sagte, ich will nicht in dich dringen. Du musst wissen, was du zu tun und zu lassen hast und damit Punkt um. Wenn du mir nur glaubst, dass ich in guter Absicht gesprochen habe. Abgemacht? Gute Nacht, Tom. Oder nein, warte, ich muss zuvor deinem Hanno einen Kuss geben und die gute Ida begrüßen. Ich gucke dann hier noch einmal herein. Und damit ging sie. ich gucke dann hierin.